Eine Jugendzeitung herausgeben, dein eigenes Kunstprojekt initiieren, einfach nur deine Gemeinde verschönern oder ein Fußballturnier mit Flüchtlingen organisieren. Du hast bestimmt einige tolle Ideen und Projekte im Kopf. Weißt aber noch nicht genau, wie du sie umsetzen und finanzieren sollst? Kein Problem, wir unterstützen dich dabei. Mit Rat, Tat und bis zu 500 Euro. Wenn du zwischen 14 und 24 Jahren alt bist, kannst du unter eureprojekte.at einfach einen Account anlegen, dein Projekt in Stichworten beschreiben und dir mit uns einen Termin ausmachen. Den machen wir ganz einfach telefonisch oder in deiner nächsten Jugendinfo. Hier besprechen wir dein Projekt und helfen dir dabei, deinen Antrag vorzubereiten und einzurechen. Dein Antrag wird dann an eine Jury weitergeleitet, bewertet und hoffentlich genehmigt. Dann hast du sechs Monate Zeit, das Projekt mit unserer Unterstützung und mit bis zu 500 Euro umzusetzen. Also, worauf wartest du? Fang noch heute an, deine Ideen zu realisieren und lege deinen Account auf eureprojekte.at an. Bis zum nächsten Mal.